Das lose Ende wird zweimal um das dickere Seil gelegt. Das lose Ende kreuzt das feste Ende. Das lose Ende parallel nochmal um das dickere Seil legen, dann das lose Ende durch die Überkreuzung stecken. Festziehen, fertig. Der Stopperstick wird benutzt um ein dünnes Seil an einem dicken Seil festzumachen, wenn das dicke Seil zu schwer ist um es an Land zu werfen. Das dünne Seil wird mit einem Stopperstick am dicken Seil festgemacht und an Land geworfen. Das dicke Seil kann dann am dünnen Seil an Land gezogen werden.